Da klingelt es. Da hat anscheinend jemand. Hier ist der Stefan. Wer ist am Telefon? Hallöchen. Herzlich willkommen bei ManiExpress. Sie sind live dabei, haben soeben eine Leitung getroffen im richtigen Moment und können mir jetzt hier hoffentlich eine Lösung sagen. Wer ist denn da bitte? Hallo? Kommt nix? Drei, zwei, ja dann bleibt der Topf hier voll und ich würde vorschlagen, liebe Regie, wir haben eben nochmal eine Leitung dazu, oder? Noch eine dritte Leitung. Welche können wir denn aufmachen noch? Die drei Leitungen sind gescheitert. Leitung 5, Leitung 8 und Leitung 14. Da ist schon wieder jemand. Hier ist der Stefan. Hallöchen. Guten Abend, hier ist Erwin. Erwin, grüße Sie. Von wo rufen Sie gerade an? Marburg. Aus Marburg. Lieber Erwin, ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Super. Sagen Sie mir aber bitte, was Sie da raus haben. Ein Beruf mit A. Agent. Der was? Agent. Herr Agent ist brennt. Würde gehen. Aber Erwin, Sie müssen alle Buchstaben benutzen. Ja? Deswegen, wir müssen ja alle Buchstaben benutzen, die Sie hier sehen. Agent würde gehen. A, G, E, N, T. Ja? Nicht irgendeinen Beruf aus diesen Buchstaben basteln, sondern genau einen, liebe Zuschauer. Mit allen Buchstaben. Wir haben hier neun Stück. Ich bin nicht bescheuert. Was hast du denn da? Was kommt da denn? Na, jetzt hast du aber einen richtigen Moment gestoppt für die Kiste. Herr Kollege? Hat's geklingelt gerade? Ich hab's gar nicht gehört. Hallo, hier ist der Stefan. Wer ist denn da bitte? Ja, guten Abend. Hier ist die Karin. Karin, Mensch. Puh. Was haben Sie denn? Ich hab Gartenzaun. Wir suchen doch einen Beruf, Karin. Wir suchen einen Beruf, Karin. Mit A. Nicht Gartenzaun. Ist nicht richtig, hab ich doch gerade eben gesagt. So, Freunde, jetzt müssen wir erstmal zwei Dinge klären hier. Regie, hat das seine Richtigkeit, dass hier Garten 500 herausgekommen ist? Bitte sehr, da hat's jemand. So, die Kiste ist ganz schön voll. Hier ist der Stefan. Wer ist am Apparat? Ja, servus, da ist der Walter. Walter, woher rufen Sie an? Aus Linz. Aus was, bitte? Linz. Wo ist das denn? Aus Linz? In Tirol. In Tirol. Ja, mit schönen Grüße nach Tirol. So, mein Lieber, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir suchen einen Beruf hier mit dem Anfangsbuchstaben A. Was haben Sie denn herausgeknobelt? Das ist mein Fall. Bitte? Schauen Sie doch mal schnell. Was ist denn jetzt los? Jetzt war der liebe Mann so aufgeregt. Das gibt's doch gar nicht. Hat er jetzt den Hörer fallen lassen oder was da passiert? Ich hab nur gehört, mir ist es entfallen. Oder? Was machst du verstanden? Deswegen sage ich immer, liebe Zuschauer, schreiben Sie sich das Ding nochmal auf. Auf eine Tageszeitung, auf irgendwas anderes, eine Spielkarte, was gerade griffbereit liegt. Herzlich willkommen. Hier ist der Stefan. Wer ist denn bei Money Express gelandet? Hallo Stefan, hier ist die Sabine. Sabine, mein Schätzelein. Haben Sie schon mal geguckt, was hier in diesem Becken drin ist? Ja. Wenn Sie jetzt lösen, dann gehen Sie hier mit einer Menge Geld raus. Das sage ich Ihnen schon mal. Ja. Aber, vorausgesetzt, Sie können mir sagen, welcher Beruf da gesucht ist. Sabine, was haben Sie geknobelt? Ja, das ist der Augenzeuge. Das haben wir noch nicht gehört. Ist auf jeden Fall ein Beruf mit A. Wobei, Augenzeuge ist kein Beruf. Sabine. Augenzeuge mit das R haben Sie auch vergessen, sehe ich gerade. Ach du Schande. So, Regie, was machen wir jetzt? So, holen wir die Scheine mal da oben mit rein. Also es gehört Ihnen alles, was hier in diesem zweiten Geldbeck auch noch drin ist. Da ist jemand. Herzlich willkommen. Hier ist der Stefan. Wer ist denn dabei? Hallo, ich höre das an Rauschen im Hintergrund. Wer ist denn am Telefon? Sie sind live bei Money Express gerade. Sagen Sie mir bitte nur die Lösung. Das reicht schon. Drei. Ist da jemand? Zwei. Eins. Hallo. Tja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was los ist. Sie sollen hier nicht probieren, einfach eine Leitung zu treffen. Ich meine, bei zehn offenen Leitungen kann das schon sehr schnell gehen. Nur anrufen, wenn Sie auch eine Lösung haben. Ja? Ich schaue wirklich mit großer Skepsis hier auf diese Becken. Meine Damen und Herren. So, jetzt ist es soweit. Hier ist der Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen bei Money Express. Wer hat es denn da geschafft? Ja, die Verena hat es geschafft. Verena. Haben Sie schon mal geguckt, was hier alles jetzt an Gewinn auf Sie wartet? Ich habe gerade eingeschaltet. Sie haben gerade eingeschaltet und haben praktisch erst mal sich auf das Wort konzentriert. Ist auch gut so. Das ist eine Menge zusammengekommen. Jetzt machen wir erst mal Nägel mit Köpfen. Verena, was haben Sie raus? Wir suchen einen Beruf. Zutragen. Bitte nochmal. Zutragen. Wir suchen einen Beruf. Wir suchen einen Beruf. Kein Wort. Zutragen. Es kann sein, dass das geht. Aber wir suchen hier einen Beruf mit A. Regie, weißt du, was ich gerade befürchte? Verena hat doch eben erzählt, sie hat gerade eingeschaltet. Da ist jemand. Halli, Hallöchen. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Stefan von Mani-Express. Wer hat es denn da geschafft, bitte? Hallo, wir haben gerade 15 neue Leitungen aktiviert. Wundert mich gar nicht, dass sie da sind. Wer ist denn da? Ich höre was. Noch nicht 18 vielleicht. Dann schnell einen von den Eltern holen oder was? Also ich muss sie runterziehen. Ich kann jetzt nicht länger warten. Drei, zwei. So. So was ist Käse. Liebe Zuschauer, ganz ehrlich, wer noch nicht 18 ist, ruft bitte nicht an. Und nicht einfach mal so hier probieren, eine Leitung zu erwischen. So, ich habe jetzt echt die Nase voll. Ach, ist das schön. Auch so viel Geld, ja. Sein Hauch zu legen, das glaube ich jetzt nicht. Wer darf denn das jetzt tun? Herzlich willkommen bei Mani-Express. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hier ist Agnes. 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 So, jetzt passen Sie mal auf. Haben Sie das Ganze hier verfolgt? Haben Sie gesehen, wie wir gerade gezählt haben? Ja. Liebe Agnes, wir suchen einen Beruf mit dem Anfangsbuchstaben A, zu bilden aus diesen neun Buchstaben. Was haben Sie denn heraus? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Das ist Ätzung. Bitte was? Ätzung mit A-E. Was ist das für ein Beruf? Agnes, wir suchen einen Beruf. Ich habe es doch mehrmals gesagt. Bleiben Sie bitte kurz am Telefon, Sie kriegen von mir 100 Euro Trost. Ja? Bleiben Sie bitte kurz dran. So, Regie. Ich habe es doch mehrmals gesagt jetzt, oder? Ganz ehrlich, ich habe keine Zeit mehr. Können wir in den Hot-Button-Modus wechseln? Können wir einen Zufallsgenerator scharf machen? Mhm. So. Fünf, vier, drei. Herzlich willkommen bei Mani-Express. Schönen guten Morgen. Wer ist am Telefon? Moin, Marcel. Marcel. Wunderschönen guten Morgen. Ich sage Augenart. Ganz sicher? Ganz sicher. Dann sage ich, Sie haben jetzt hier bei mir 7.270 Euro abgestaubt. Juhu. Marcel, Fluss-LCD-Fernseher, den kriegen Sie natürlich auch noch. Jo. So, jetzt sind Sie erstmal baff, oder? Auf jeden Fall. Sie kommen aus dem hohen Norden, nehme ich jetzt mal an. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Schöne Grüße nach Hamburg, Marcel. Sie bleiben bitte kurz am Telefon, landen in der Quizzentrale, da wird nochmal Ihre Bankverbindung und so weiter aufgenommen, ja? Jo. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Machen Sie sich vielleicht noch ein Gläschen auf, jetzt auf diesen Schock, ja, auf den positiven Schock. Okay, toll. Und viel Spaß beim Geld ausgeben. Danke. Tschüss, Marcel. So. Tschüss. Meine Damen und Herren, das hat sich gelohnt für den Marcel. Schalten Sie ein, morgen ist es wieder soweit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Ciao und tschüss, sagt Ihr Stefan. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.